Wollen Sie Ihre telefonische Avisierung um mindestens 70 Prozent reduzieren? Das ist möglich mit unserer Icona-Avisierung, einer smarten Lösung für Ihre optimale Terminvereinbarung. Ob per E-Mail, SMS oder dem automatischen Sprachanruf, mit unserem Modul Icona-Avisierung treffen Sie beim Kunden immer den richtigen Zeitpunkt. Hi, ich heiße Christoph Bauer und ich gebe Ihnen Tipps, wie Sie mit Icona-Avisierung Ihre Empfänger rund um die Uhr erreichen können. Die können nämlich ganz einfach Ihre Wunschtermine für die Zustellung in unserem Portal auswählen, ohne dass Sie zusätzlich mit Ihren Mitarbeitern telefonieren müssen. Und das Beste, Sie können einfach durchproduzieren, weil Ihre Halle nicht mehr als Lager herhalten muss. Telefonate kosten sehr viel Zeit, die Sie sich mit unserem Modul Icona-Avisierung sparen können, weil Ihre Kunden eine Vorinformation per E-Mail, SMS oder einem automatischen Sprachanruf erhalten und damit den Zustellzeitpunkt übermittelt bekommen. Um frühzeitig avisieren zu können, sind korrekte Daten natürlich ein absolutes Muss. Sie haben keine Handynummer, aber auch keine E-Mail-Ladresse zur Verfügung? Das macht nichts, denn die Festnetznummer genügt, damit unsere Software mit dem integrierten Sprachcomputer die Avisierung für Sie übernehmen kann. Über eine Text-to-Speech-Engine können Sie die Inhalte dann in jeder denkbaren Sprache vorgeben. Damit schafft es das Modul Icona-Avisierung, dass Sie so viele Sendungen wie möglich direkt am Eingangssack zustellen können. Das sorgt natürlich für Ordnung in Ihre Umschlaghalle, schlanke Prozesse, aber vor allem auch zufriedene Empfänger, weil alles klappt wie geplant. Auch für Sie selbst, je mehr Güter Sie bereits im ersten Versuch erfolgreich zustellen, desto mehr verdienen Sie an jedem Auftrag. Durch unsere Icona-Avisierung teilen Sie dem Empfänger rechtzeitig mit, dass die Sendung sich auf dem Weg befindet. Das granulare Regelwerk in der Software gibt ihm dann die Möglichkeit, aus den Zeitfenstern auszuwählen, die Sie zuvor festlegen. Ab dem Zeitpunkt der Avisierung sehen Empfänger den jeweiligen Sendungsstatus. So können Sie sich noch besser auf die Zustellung vorbereiten. Ein elektronisches Fahrer-Avis kündigt dann die Lieferung GPS-basiert kurz vor dem Zielort an. Damit klappt die Zustellung auf Anhieb und Ihre Umschlaghalle wird nicht mehr als Lager verwendet. Ich fasse nochmal alle Highlights unseres Moduls Icona-Avisierung für Sie zusammen. Sie profitieren von einer automatischen Terminvereinbarung mit Zeitfensterbuchung rund um die Uhr ohne Loggie. Sie bieten Ihren Empfängern nur solche Zeitfenster, die auch wirklich zu Ihren eigenen Arbeitsabläufen passen. Über die eingebaute API integrieren Sie die Icona-Avisierung nahtlos in Ihre vorhandenen Systeme, wie zum Beispiel Ihr eigenes TMS. Unser Sprachcomputer ruft Ihre Empfänger rechtzeitig vor der Ankunft an und damit werden Sendungen frühzeitig angekündigt. Das bedeutet, Sie entlasten Ihr Servicepersonal durch wegfallende Anrufe. Sie erhöhen Ihre Durchlaufgeschwindigkeit und halten Ihre Umschlaghalle frei. Fahrer müssen die Empfänger nicht mehr selbst anrufen. Und der größte Vorteil für Sie, Sie verschwenden kein Geld mehr durch erfolglose Zustellversuche. Die besten Module für Ihre perfekte Supply Chain. Einfach und unkompliziert. Erweitern Sie Icona-Avisierung mit diesen passenden Modulen. Icona Call Center, Icona Map & ETA, Icona Track & Trace oder Icona Task Management. Icona Baron